Winterthur hat sich in den letzten Jahren ja sehr gut entwickelt. Wir sind eine Gartenstadt, wir sind eine Velostadt, wir sind eine Kulturstadt. Und mit diesem See werden wir jetzt zu der besten Stadt, die es eigentlich gibt. Im Sommer ist der Thössener See ein Badesee und im Winter ist die Seegefröhrung garantiert. Wir sind schon im Gespräch mit dem Hallenstadion und mit Good News. Es wird so sein, dass wir bereits schon in der ersten Saison werden das Art on 1 nach Winterthur holen. Und da bin ich selber ein bisschen stolz darauf, dass die gebürtige Winterthurerin Tina Törner für uns gewinnen können. Tina Törner. Jia von Guadalupe anın Gäste Bessi Majesty Mhm Bessi K雪i 터�